Leute, es geht wieder los! Wir sind wieder auf dem Sputnik Spring Break 2018! Und es wird noch geiler, noch länger, denn es sind drei Tage diesmal da. Es wird noch mehr Interviews geben mit tausend Künstlern und dafür brauche ich natürlich Hilfe. Und die habe ich mir bei der Anja gesucht! So, aber jetzt beruhigen wir uns erstmal. Wir haben nicht tausend Interviews, wir haben vier Interviews. Warte, ich habe gerade gekaut noch. Wir interviewen nämlich Kontra K. Gestört aber geil, vielleicht. Paul Kalkbrenner, Mike Singer und Sexton! Wir packen jetzt hier noch das restliche Zeug zusammen. Wir haben uns mit Gummistiefeln ausgestattet und dann geht's los! Die Vorbereitungen laufen, wir müssen jetzt auch noch hier so ein paar Interviewfragen aufschreiben. Wir haben uns geile Karten gemacht. Wir haben ein paar Moderationskarten! Yeah! Und gleich geht's weiter in einer Stunde mit Mike Singer! Wir sind echt gespannt, wie der so drauf ist! Ja, mal gucken! Wir werden's sehen! Und wir nehmen euch natürlich mit! Bis dann! 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 Also wie das immer so ist auf Festivals hat sich der Zeitplan natürlich verschoben. Bis dann! Wir haben jetzt nicht das Interview mit Mike Singer vor seinem Auftritt, sondern erst danach! Mit Mike Singer hat er gerade genau gesagt! Führter! Nein es ist ja nicht! Wir haben blauen Pulli! Wir haben hier wirklich mit den Torhüten. Überall! Drei, zwei, eins! Und los! Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr mich hören könnt, aber hier ist der Grabe. Hier könnt ihr dann stehen und lang laufen. Es ist ja jetzt noch ziemlich leer, aber ich verspreche euch, gleich wird es voll. Achtung! Das heißt, ich ne Дляfenbase in den Augen. und form Leute, wieso? Ich habe schon wieder meine versammten Fragen vergessen. Wir sind richtig engsterhaft. Wir sind jetzt im Catering-Bereich der Küster. Hinter uns sitzt Crow. Wir dürfen den leider noch nicht treiben, weil der ja Wexage ist und hat keine Maske auf. Wir wissen, wie Crow aussieht. Guten Abend, liebe Freunde. Oder besser gesagt, guten Morgen. Wir sehen uns wieder zu Hause. Wir sind total fertig. Aber die Anni muss unbedingt noch eine Kaminwurzel essen. Schöne Knacker auch rein. Ohne Wurst!